Wenski, du der Erste! So, Sie sind auch nicht alleine gekommen. Sie haben Ihren Hofmarschall mitgebracht, den Heinz Kleeck. Dann die Adjutanten, Dieter Nichtenal. Und Norbert Ammels. Der stolz von München-Glettbach ist auch mitgekommen. MKV-Boss, Bernd Kote. Ja, und die Garde hier unten. Herzlich willkommen, die Prinzengarde der Stadt München-Glettbach. Auf meiner rechten Seite die große Reiterprinzengarde. Herzlich willkommen! Ja, liebes Prinzengladen, ich freue mich sehr und alle Leute hier am Platz, das ihr heute zu uns gefunden habt. Ihr wart bestimmt heute Morgen auch schon mit uns unterwegs. Habt schon vielleicht den einen oder anderen Rathaussturm hinter euch. Aber ich übergebe euch jetzt ein Mikrofon und möchte die Prinzessin ganz zum Abschluss bitten, mit uns den ersten Anwalt auf das Rathaus zu machen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag oder guten Tag, wir sehen euch. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich bei euch bin. Und ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Aber das Wetter spielt mit. Es war bis jetzt zumindest für uns eine wunderschöne Session. Und für euch? Hast du gemerkt von den Garten, hat uns gar keiner geantwortet. Ja, irgendwie komisch. Hat es den Garten bis jetzt gefallen? Ja! Geht doch! Also uns hat es jetzt nämlich auch super gut gefallen. Uns hat es gut gefallen mit den Garten. Jetzt habe ich es mit euch, unser Publikum.